jo leute und damit willkommen zurück zu super mario web mit flash der im trinken war und der centos vor allem jetzt bin ich noch mal dran weil flash eben einfach super ist und dann im spiel war und keinen bock hatte und ging nicht und dann ist einfach ein tod gesprungen weil er keine lust hatte zu spielen er wollte centos beim verlieren ich habe zur seite gedrückt und er wollte nicht nun ist wie bei mir ich hätte auch rüber gedreht naja ich glaube das nicht auf gegenseitigkeit komisch dass er keinen safe mitte gibt die kommt bestimmt danach das ist nur nicht verarscht das ding tschüss joshi kommt nicht wieder auf wiedersehen auch flash halt mal im maul ehrlich weißt du das sagt die auch immer man macht ganzen tag kacke wieder centos tschüss halt den maul der ist voll spitz auf dich ich bin spitz auf dich alles deine schuld spitz spitz pass auf mutig mutig naja bringt dir da eh nix nicht wirklich mutig oder ein pilz glaube ich ne ein fettsackballon ja ist klar ein fettsackballon das war wieder kacke oh man flash ich tu mich auch du kannst mich mal flash ich weiß auch bei leben du hast nur noch vier ich nur noch elf waren mal so viele ja hallo safe stand lange nicht mehr gesehen vor allem immer beim safe stand ist klar oh fuck ey ich hab nix gesehen oh du bist ja schon wieder da du bist so ein cheater ey ich bin aus ich bin einfach voll rüber gegangen ja ja außer wem außer wem der controller wollte irgendwie oh das war knapp ja ja war dass da noch keiner was gesagt hat ne nein ich wollte doch noch den extra leber um die zwei oh du bist so voll leise geworden nein du schreiheiz würde ich ihn nie machen nein musikkonzert vor allem dass da noch keiner was gesagt hat ne was denn wir können auch die hackversion spielen haben wenn wir 99 leben nö wir sollen aber kein für mario zocken nein das ist ja hackversion aber nur wo die level geändert worden ist das nicht ich ändere das level ja auch nicht das wurde einfach so erstellt dass ich damit meine leben holen kann nein dass die level ganz anders sind du hast doch nur schiss das zu machen nö doch bringt das eigentlich wenn ich das dagegen schieß weiß ich nicht weiß ich mir aber die münzen genommen wow tschüss joshi tschüss joshi oh flash dummig auch hallo spitz ja dass du auf joshi spitz bist weiß ich doch ja joshi ist so grün und so schleimig und so ne lange zunge ja alles klar ist klar und er hat sexy rote schuhe an oh sexy you don't know it denkt er sich immer ja ne hast du grad ein ei gelegt auf joshi du sau josh das hast du 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 kein leben hast du das gehört oh jetzt oh shit er hat es geschafft ich wollte applaus können weil ich ein netter mensch bin doch nein du wolltest doch ich hasse dieses level sollte ich nur gesagt haben denn 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 doch mal naja kommt er wieder ja 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 gibt es einer komischen fackel gebiet offen sagt ich weiß gar nicht dass er sie den sinn hat auf den keks zu gehen ja dich zu töten er muss ich auch das ist so gemein hat sind sie weg nein nein das macht da ich glaube das würde auch reichen oder alter ist so hochzucker es ist zu weit unten ja das problem ist wenn ich da drauf springen rutsch ich weiß ab unglaublich als maul das war mit auch noch bei dem muss wird auch zeit meine güte ja continue and save warte mal wenn ich komme ich ja eh wieder da hinten drauf jetzt ja eigentlich das war dafür kann so links gehen ja weißt du jetzt habe ich diesen jetzt habe ich das geist level geschafft jetzt kommst du die arsch dahin ich bin grad von dahin gekommen ja du bist so ein arsch und lieber per leben weißt du wie es geht ja und klaut dem einfach das neue level unglaublich ey wer sagt das ach der herr geht da ja zum schloss nein schmeißt ja die dinger der trollt dich jetzt damit okay ausnahmsweise darfst du auch mal skills haben ich hab immer skills die sterbskills ja ich sterbskills genau ja, jetzt würde ich mich beeilen nö fuck fuck ja, das ist jetzt unten langgefuckten ne ne bei mir nicht doch bei mir ist er unten weiter zur Seite gegangen oh endlich 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 oh no doch Diese Scheißhaus-Dinos, ne? Ich mach das schon. Ah, hier. Oh! Warum kommt da so ein kack Ding? Und der sprüht deiner Feuer, der freut sich, dieses Arschgeige. Ja. War hier nicht auch so ein Fliege-Level? Oder wo da irgendwie, ich weiß nicht, fliegen musstest? Das hier nachkommt, oder was? Ne, das hier. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo das Spezial ist. Nein. Ich würde den voll an die Mappe kacken. Der geht einfach nur ein auf die Nerven. Das ist das Problem. Die kann man nicht rein, ne? Ne. Hab ich ja eben schon mal probiert, ich weiß. Aber hier. Scheiß doch drauf. Ich sharp jetzt mal Level. ich weiß auch gar nicht wie wir lang sind das letzte mal nach mehr toll da kommen wir schon von anderen seite her nein der hätte ich jetzt nicht der macht den nimmt er automatisch ich glaube hier ist was zwischen ich glaube wenn du da oben rein gehst so gehen die münzen weg auch weiter die wolke mit versucht die wolke nicht kommen wir nur runter hatten wir das oder kommt es jetzt da ins blaue rein ich glaube er hier kann auch sein ja weil das nämlich zurück geht ja ja auch nicht es muss wenn es einen zweiten power ding gibt da kommst du da hoch vielleicht müssen nein die verschwinden alle verschwinden ja das habe ich vorher schon gesehen nimm die schildkröte mit wieso spring auf die drauf oder springst du mir jetzt in den nacken rein guck mal hier guck mal hast du das gesehen mhm skills folge da oben oh fuck erst mal durchs ziel bevor die zeit umgeht mhm 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 dann machen wir kurz nen cut mhm und natürlich ok bis dann leute tschau tschau tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020